So, Spionageflugzeug habe ich wieder, sehr gut. Oh, schaut mal, da hat er noch so ein bisschen was. So, dann geht... Dann geht immer dahin. So, mal gucken, ob der das schafft. Ja, drei Stück hat er. Okay, egal. Mach den Raxiro weg. Okay, mach den Raxiro noch weg. Ah, fuck. Egal. Egal, ein Raxiro ist weniger. Das ist schon mal sehr gut. Hat der jetzt hier die... Der ist voller Edelsteine, sehr gut. Alles klar. So, jetzt kommt ein bisschen Kohle rein mal wieder hier, ey. So. Aha! Der kommt hier durch. Okay. Der kommt hier durch. Okay. Wie ist der hier reingekommen? Hä? Wie ist der hier durchgefahren? Na ja, egal. So. Ja. Mission. Tunnelblick würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Äh. Ich weiß gerade auch nicht, was ich so sagen soll. Die Mission, die geht ja schon ewig. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 50 Minuten. Alter Schwede, schon fast zwei Parts hier. Ah, es ist aber auch krass hier. Versucht doch mal, dass ihr da... Ah, die U-Booten sind schon da, alles klar. Dann schießen die mal da drauf. So, weiter Mammutpanzer. So. Gut. Dann können die sich mal hier unten sammeln, jetzt. Die Mammutpanzer. So. Alles klar. Und die Sammler, die fahren zurück. Der hat einige Edelsteine. Das passt. Sehr nice. Okay. Gut. Der hat keine Energie mehr. Seht ihr? Wenn der keine Energie mehr hat, dann deckt sich das jetzt auf. Weil die Schattengeneratoren nicht mehr funktionieren. Siehe da. Und die Flaks funktionieren auch nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich mit den vierten... Mit den Hubschraubern... Erstmal die scheiß Raxirus wegmachen. So. Weg damit. Machen wir die scheiß Raxirus weg. So. Und direkt dehnen. Damit die da endlich mal Ruhe haben. Und damit die jetzt endlich mal da dieses Kraftwerk wegmachen können. Du fliegst einfach nach Hause. Okay. Obwohl die dich hätten gebrauchen können. Aber scheißegal anscheinend. Kameradenschwein. Also wirklich. So was geht eigentlich gar nicht. Aber naja gut. Wir sind halt Russen. Naja, Russen unter Stalin halt. Die heutigen Russen, die sind doch netter. Doch, doch. Ich mag die Russen. Die sind cool. So, dann hat der ja jetzt... Nicht mehr viel eigentlich, ne? Also auf der anderen... Ja, wohl. Doch, doch. Doch, doch. Der hat noch einiges. Fahrt immer da rein. Ich glaube, da kommt ihr aber nicht durch, oder? Wenn das die gleiche Struktur hat, dann ist hier... Ja, genau. Das hat die gleiche Struktur. Das ist hier nicht verbunden. Ist klar, dann könnt ihr ja eigentlich nur noch hier ein bisschen erkunden fahren. Und dann war es das schon. Erkunde mal hier einfach. So. Man sieht ja, der hat... Nicht mehr so viel, ne? Gut. Die werde ich jetzt mal hier entschicken. So. Holy shit. Warum geben die so wenig Kohle? Eine Halt, reparieren. Eine Halt, verlobt. Ja, schieß mal die Minen platt. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Die Minen sind erstmal weg. Gut. Okay, dann habe ich jetzt die sechste MIG. Oh, und die Helikopter, muss ich reparieren. Shit. Nächste Mammutpanzer ist bereit. Zehn Stück habe ich schon. Dann brauche ich auch nur noch zehn Mammutpanzer. Cool. Das passt. Das passt doch sehr gut. Okay. So. Dann. Den noch. Hier ist nämlich noch gelb und das will ich nicht haben. Könnt ihr hier nochmal gucken, ob... Ne, die kommt da nicht vorbei. Egal, könnt ihr hier nochmal ein bisschen erkunden. So. Schaffst du, ne? Ja. Sehr gut. Gut. Dann können die sich auch jetzt erstmal um das Kraftwerk da kümmern und die Mix hier drum. Ah, na gut. Egal. So. Das geht jetzt flöten, das Kraftwerk. Jo. Und der Bomber kann sich ja mal hier dran versuchen. Genau. So. Ah, der trifft sogar. Der trifft sogar relativ gut, muss ich sagen. Hey, geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Passt doch. Mensch. Ja, dann habe ich auch fast die ganze Karte erkundet und direkt mal weiter. Ah, ein paar Raketenwerfer sind auch nicht schlecht. Stimmt. Gut. Dann hat sich mein Plan soeben geändert. Äh. 15 Mammopanzer und 5 Raketenwerfer. Ja. Das passt. Team 3 ist unvollständig. Ja, das. Ja. So, ich Hubschrauber. So. Harry, ich liebe einfach diese Hubschrauber hier. Die sind richtig gut. So. Könnt ihr jetzt mal das da bombardieren, bitte? Die Mix. Ja, ich mache auch viel mit Luftangriffen. Ja. So. Zack. Weg mit dem Bauhof. Macht die Hubschrauber mal den Panzer da platt. Ja, das geht. Mit Maschinengewehren. Schaut euch das an. Wenn ihr sich... Ja. Ja, schaut euch das an. Das geht mit Maschinengewehren. Richtig krass. Wie viel Schaden die machen. Macht ihr das nochmal das hier unten im Arsch? Und die Mix sind schon wieder bereit. Das ist so krass. So. Und ihr... Ah, scheiße. So. Dumme Raxirus, ey. Macht den glatt. Und ich muss noch einen Hubschrauber bauen. Okay. Alles klar. Raketenwerfer. Ja, bei den Hubschraubern ist das ja die Sache. Die kommen halt aus dem Kartenrand geflogen. Wie ihr seht, die kommen einfach... Von hier oben kam der jetzt. Da ist wieder ein Schlachtkreuzer. Weg damit. Ohohoho. Ich frage mich, wie der hier immer reinkommt. Okay, egal. Das macht nicht mehr viel. Jo, sehr gut. Dann haben wir hier die 10 Mammutpanzer. Äh... Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ey. Dann jetzt den fünften Raketenwerfer. Und ihr macht mal weiter hier die Minen platt. Das ist so mein Minenaufklär-Trupp. Ja, warum nicht? Ich meine... So. Ah, hier sind keine Minen mehr. Okay. Hier sind keine Minen mehr, alles klar. Ah, der hat Hubschrauber, ja. Deswegen... Deswegen brauche ich auch die Mammutpanzer. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier 10... Fünf Mammutpanzer noch. Fünf Mammutpanzer noch. Und dann geht's los. Endlich, ey. 50 Minuten. 55 Minuten für eine Mission. Das ist schon... Extrem. Das darf ich jetzt einfach mal... Aber... Ah, die... Ah, ich hab was anderes vor. Die Hubschrauber können sich hier um die Artillerien kümmern. So. Und die Mix dann um den Panzer. Damit wir hier die, äh... Gegenwehr mal ein bisschen... Dezimieren. So. Zack. Ah, die Hubschrauber richtig geil. So. Schau euch das an. Was sie für einen Schaden machen. Das ist einfach krass. Nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Aha. Da war noch eine Mine. Ja, ich mein, je mehr Minen... Äh... Ah, der hat doch noch ein bisschen was. Ah, schade. Je mehr Minen jetzt hochgehen, desto besser. So. Spionage nochmal. Ich glaub, das brauch ich schon fast nicht mehr, hä. Hier ist vielleicht noch ein bisschen was. Aber... Nö, auch nicht mehr. So, Freunde. Dann muss ich einmal eine ganz kurze Pause machen. Ja, da bin ich wieder. Ähm... Ja, ich musste mir einfach jetzt mal gerade mal eine kleine Stärkung holen. So, und zwar ein paar Salami-Sticks. Also wenn... Ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht essen hört, aber... Die Mission, die ist schon echt... Die Mission, die ist schon echt... ...extrem lang. Deswegen brauch ich einfach mal eine kleine Stärkung. Ja, wir waren aber hier bei den weiteren Mammutpanzern zu bauen. Und, ähm... So. So. Sie haben jetzt hier nichts mehr zu tun. Hm... Ja. Wie viele brauche ich jetzt noch? Noch drei Stück. Alles klar. Das ist gut, ja? Ach, ich hoffe, das ist die Kirchenmusik, ne? Ja, genau. Mit dem Kirchenchor am Hintergrund. Cool. So. Ja, stimmt. Ich war ja mit den Hubschraubern nicht so gegangen, ne? Ja, ja. Man können die Hubschrauber... Nee. Nix mal da drauf und die Hubschrauber haben auf dem Panzer da. So. Das sieht doch geil aus, oder? Das sieht richtig geil aus. So, ich guck mal gerade, ob der neu aufnimmt. Ne, nicht auch so wunderbar. Und los. Mach schon. Rattattattattatt. So, das Ding ist weg. Nur weil wir schießen einmal da drauf, auf die Tonne. So, vielleicht ein Minute. Das sind hier nämlich diese Öl-Tank-, Öl-Betankstationen. Die die halt in der Cutscene meinen, die wir zerstören müssen. Genau das. Gut, und Spionage können wir hier machen. Ach ne, die Musik ist schon vorbei. Ja, schade. Was, was, was? Wer schießt denn da noch? Okay, heftig. So, zwei noch, glaube ich. Ja. Dann haben wir es gleich geschafft. Wunderbar, wunderbar. Richtig gut. Wie können wir das hier kaputt machen, den Schatten-Generator? Naja, da bin ich gerade ein bisschen leiser, aber ich bin halt am besten. Alter, sechs Mix-Reiche, nicht für den Schatten-Generator. Okay, heftig. Aber ja, gut, sammle du mal hier. Ja, die U-Boote, für die habe ich jetzt keine Verwendung mehr, eigentlich. Park mal nach Hause und repariert euch mal. So. Geile Mucke. So. Was war das denn? Hä? Was war das denn? So, kommt der durch? Der kommt von hier oben raus, okay? Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt der durch? Der kommt irgendwie durch, okay? Ja, da. Was war das denn? Die haben den eigenen Kameraden abgeschossen, okay? Wie kommt denn der hier durch, sagt man? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Es tut mir leid. Vielleicht müssen die so stehen, keine Ahnung. So. Spionage. Gut, der letzte Mammut-Panzer läuft vom Stapel. Das ist doch mal richtig geil. So. Ja, das hier ist eigentlich schon, äh... Hm. Keine vollwertige Basis mehr. Kann einem schon fast leid tun. Aber auch nur fast. Zack, das war die Waffenfabrik und das war der letzte Mammut-Panzer. Sehr schön. So. Alles klar. Ah, könnt ihr... Ah, der kann auf uns schießen, aber wir können nicht auf den schießen. Das ist schade. Alles voll mit Manneken, aber ist egal. So, schaut euch das an. Das ist unsere Anhilfarmee jetzt fürs Land. Gut. Dann geht ihr mal da rein. Ihr geht mal da rein. Hier geht mal hier rein. Und hier geht mal hier rein. Was macht er denn jetzt? Was zur Hölle? Was soll das denn? Verarschen? Na egal. Was zur Hölle? Mein Gott, können sie sich nicht wieder einladen, ey. Raketen wäre aber schon fertig. Das ist doch mal vorbildlich. Das ist doch mal vorbildlich, Mensch. So. Dann geht's mal weiter hier. Ganze Karte wieder fast aufgedeckt, das ist geil. So. Da sind nur vier drin. Warum sind da nur vier drin? Ja. Na gut, okay. Zeitlich. Sehr geil. Okay. Gut. Dann. Geht mal hier hin. Haha. Dann greifen wir jetzt mal schön an. So. Der hat ja echt nicht mehr viel. Also der hat jetzt noch ein paar Einheiten und Nachbauen kann ja schon fast gar nichts mehr. Außer ein paar Hubschrauber vielleicht. Aber die mache ich ihm jetzt auch noch platt. Haha. So, die sind schon da. Sehr cool. Diese Macht von oben, ey. Ist einfach unglaublich. Diese Lufthoheit. Schon heftig, ja. So, zack, zack, zack. Und weg damit. Jetzt noch auf den Panzer. Boah. Einen hat da runter geschossen. Wie krass ist das denn? Heftig, ja. Gut. Alles klar, Freunde. Dann geht's mal los. Anlegen jetzt hier. Äh, ja, das ist ein bisschen eng jetzt, aber ist egal. Spionageflugzeug nochmal, okay. Hier oben in die Ecke. Ah, da oben hat er nichts mehr. Ich würde es einfach nur vollständig aufgeklärt haben. So. Und? Dann könnt ihr jetzt entladen. Bitte. Zack. Zack. Natürlich die Raketenwerfer zu links. Da sind immer noch ein paar Minen, seht ihr? So. Egal. Genau deswegen müssten eigentlich die Mammutpanzer nach vorne. Weil, ähm, nicht die Raketenwerfer. Verdammte Scheiße. Zack. Ja, okay. Wehrt euch. So. Mammutpanzer. Das erste Mal, dass wir mit Mammutpanzern aktiv angreifen. Also mit vielen Mammutpanzern. Zack. Weg damit. Weg damit. Ah, Moment. Ah, ne, ne, komm. Geht hier über die Brücke rein. Man könnte auch über... Hier außen rum reingehen, aber... Besser mit der Brücke. So. Zack. Weg damit. Weg damit. So. Können die Mix sich mal um diesen Panzer hier kümmern? Und um diesen Panzer hier? Äh. Ach so. Ne. Das waren die U-Bote. Okay. Wehrt euch. Macht den platt. Was macht ihr denn da, ey? Verdammte Scheiße. Ja komm, dann macht ihr halt mal das hier kaputt. So. Alles klar. Dann... So, da sind die Hubschrauber. So. Das macht ihr. Das macht ihr, oder? Ah, ich liebe diese Hubschrauber, ey. Die sind so effektiv. Was macht der denn da schon wieder, ey? Ja, dann macht ihr... Habt ihr... Habt ihr dann mal euren Spaß. Und das hier ist direkt weg. Zack. Und, äh... Ja. Dann können wir jetzt nochmal die Reste beseitigen. Hier unten. Zack. So. So. Dann. Was... Was zur Hölle, ey? Was kommt der immer hier hin? Nein, ist egal. Gut. Dann Gummipanzer wegmachen. So. Und dann zack. So. Bunker. Wegmachen damit. Also weg damit. Und dann hier jetzt mal diese Betankstation wegmachen. Hier wird nichts mehr aufgetankt. Schluss jetzt. So. Zack. 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 Eine Sekunde, zack. Weg. Weg. Pfff. So. Können die Mix mal... Ähm... Die Mix. Ja. Die Hubschrauber dann das hier. So. Das nervt wirklich. So. Die Mahmipanzer wehren sich mal bitte. Gegen den scheiß Hubschrauber da. Ups. Ich bin gegen mein Headset gekommen. Das tut mir leid, wenn es ein bisschen laut war. Die haben noch Muni. Das ist ganz gut. Ja. Passt. Sehr geil. Perfekt. So. Dann machen wir mal auf den Hubschrauber. Komm. So. Ah. Die ziehen auch sehr schön viel ab auf den Hubschraubern. Sehr schön. Macht immer den halb zerstörten Turm dann noch kaputt. So. Schafft ihr das? Ah. Knapp. Was? Ernsthaft? Alter Schwede. Jetzt hat der am Ende meinen Bauhof noch platt gemacht. Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah. Aber egal. Ich brauche eh keine Gebäude mehr. Shit. Ja. Da hätte ich auch noch drauf achten müssen. Irgendwie kam der hier wieder rein. Keine Ahnung. Ups. Das ist irgendwie doof. Na ist egal. Ja. So dann hier. Und die vier macht nochmal das hier. So. Und tschüss. Dann haben wir nur noch die paar Einheiten hier. Dann sammelt euch mal da. So. Die drei kann nochmal das hier wegmachen. So. So. Alter Dirac-Zirus. Pfff. Weg damit. Und weg damit. Sehr schön. Ah. Ah. Noch alles vermint hier. So. So. Dann macht ihr noch das da kaputt. Und da war es das glaube ich jetzt. Ne? Speichern nochmal vorher. Haha. So. Dann habe ich auch meine Fresse. Wie viel habe ich denn jetzt hier aufgenommen? So. Eine Sekunde. Das hier kann ich mal löschen. So. Eine Stunde sieben. Holy shit. Drei Parts. Ein paar Tarnbunker. Versteckt. Und war es das? Da ist noch ein Tarnbunker. Krass. Irgendwo hier versteckt sich noch ein Tarnbunker. Genau hingucken. Bestimmt irgendwo hinter den Bäumen oder so. So. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ist hier unten noch was drin? Wo ist hier noch was? Ich nehme mal die Mix. Wenigen, kommst du da rein? Ne, du kommst leider nicht da rein. Okay. Was ist denn jetzt hier noch von dem? Hm. Moment. Aha. Hier. So. Jo. Alles klar. So. Die vier Tarnbunker. Der Tarnbunker da unten noch. Dann müsste es aber gewesen sein mit dem. So. Und? Man macht noch das Manneken hier kaputt. Bereit zum Einsatz. War es das jetzt? Yes, das war es. Sehr schön. Oh, die Mission haben wir gepackt. Geil. Okay, Freunde. Sehr schön. Die haben wir doch schon mal gesehen, die Cutscene. Ja. Ja, komm. Ist egal. Auf jeden Fall richtig krasse Missionen. Und wir haben auch extrem viel verloren. Aber der Gegner hat noch mehr verloren. Und fast doppelt so viel, ja. Sieben Gebäude. Der Schlagkreuz am Ende hat ja noch mal meinen Bauhof platt gemacht. Ey, das ist so krass gewesen. Mal auch wieder nur 2300 Punkte. Aber wir haben es geschafft am Ende. Und wir haben jetzt die alliierte Tankstelle quasi platt gemacht. So. Ja, Freunde. Wie gesagt. Oh, es geht in die Schweiz beim nächsten Mal. Krass. Neutrales Land. Na ja, gut. Okay. Ja, Freunde. Dann bedanke ich mich bei allen, die hier zugeschaut haben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschö, tschö.